Malzahntest, willkommen beim RideReview Videomagazin. Wir befinden uns im Schwabenpark. Der Schwabenpark hat natürlich oder leider noch geschlossen. Nichtsdestotrotz passiert hier einiges im Hintergrund. Das Ganze gucken wir uns natürlich zusammen mit euch an und laufen ein bisschen durch den geschlossenen Park und gucken einfach mal, wie die Arbeiten im Schwabenpark aussehen, während ihr nicht da seid. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das mit der neuen Achterbahn auf sich hat, dazu gibt es ein separates Video, was ihr hier auf dem RideReview-YouTube-Kanal findet und euch gerne einmal angucken könnt. Ihr seid ja das letzte Mal 2017 zum ersten offiziellen Parkrundgang unterwegs gewesen. Seitdem hat sich natürlich extrem viel verändert. Wir sind jetzt hier im sogenannten Boxauto, beziehungsweise im Schwabenlande sagt man Boxauto dazu. Generell ist es auch natürlich auch als Autoscooter bekannt. Das haben wir letztes Jahr angefangen komplett eben in Holz einzuhausen. Hat natürlich wettertechnische Gründe, dass man eben, wenn es auch regnet, ein bisschen geschützt ist. Wir müssten natürlich unsere Gäste so ein bisschen zügeln, die eben gerne auch mal unter irgendwelchen Abschrankungen durchkrauchen, um noch schnell zum Autoscooter zu kommen. Und dann hat es natürlich eben auch nochmal einen gewissen Schallschutzeffekt für Anwohner, die hier direkt dahinter ihre Häuser haben. Und ich denke mal, das sieht sogar ganz cool aus, wie es geworden ist. Es ist noch nicht fertig, es ist noch ein bisschen was zu tun, gerade Rückwand und oben rum. Aber immer nach und nach und auch da wird sich wieder was verändern. Jetzt ist hier etwas ganz Neues, was noch nicht mal geändert ist, sondern für uns ganz Neues. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier in der ehemaligen Kindererlebnis-Halle, die bis 2018 komplett in der Roten Barone, Kinderkarussell drin gehabt, Kinderautos, guter Kletterwald und so weiter und so fort. Und dann im Winter 2018 ist dann die Halle komplett leer gemacht worden. Die ganzen Attraktionen, die hier drin waren, sind dann in die ehemalige Schimpansen-Halle umgezogen. Dann wurde hier die Halle komplett schwarz gestrichen. Die Bote, die Technik, Förderband, das große Wasserrad, was das Förderband antreibt, haben wir ja aus dem Holiday Park übernommen. Das sind Teile der ehemaligen Tabaluga-Bahn. Dann haben unsere Techniker hier einen eigenen Betonkanal gemacht und so weiter. Dann wurde Showtechnik verbaut mit ganz viel Feuer, Licht. Mit IMA-Score haben wir da einen richtig geilen Soundtrack gemacht, sodass man hier eben keinen klassischen Dark Ride hat, sondern wir sagen, eine Familien-Indoor-Themenfahrt, Fahrzeit ist rund sechs Minuten. Und wir sind sehr überrascht, wie extrem gut diese Attraktion angenommen wurde. Also bin ehrlich, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber es entschleunigt unwahrscheinlich viele Familien, dass eben Mama, Papa, Oma, Opa sagen, sechs Minuten Pause, die Kinder sind runtergekommen. Viele wollen auch einfach nochmal. Am Anfang sind sie ein bisschen ängstlich, weil gerade der Eingangsbereich ein bisschen dunkel ist mit flackernden Lichtern, um die Leute so ein bisschen einzustimmen auf das Nachtfeeling, was wir versuchen, mit kleinsten Mitteln rüberzubringen. Natürlich ist es noch nicht alles fix und fertig. Wir gucken, dass dann im Laufe der Zeit kommt immer noch das eine oder andere dazu. Wir haben letztes Jahr nachträglich dann noch einen richtig geilen Feuer-Wassereffekt nachgebaut. Also das heißt, eine Wasserfontäne, die dann oben auf der Spitze anfängt in verschiedenen Farben zu brennen. Das ist für viele immer ganz phänomenal interessant zu wissen, wie funktioniert es. Und kommt extrem gut an, hätte man wirklich nicht erwartet. Warteschlange teilweise echt größer wie an den Achterbahnen. Wow. Da hinten ist ja auch noch so ein bisschen Deko. Ist die immer hier drin oder was hat es damit auf sich? Also wir sehen jetzt hier hinten im Hintergrund die Reste noch von Halloween. Normalerweise ist ja Azura und das Geheimnis des magischen Mühlbach. Zur Halloween-Zeit ist es dann Azura und das Geheimnis des verfluchten Mühlbach. Auch da hat dann E-Masko den eigentlichen Soundtag so ein bisschen auf Halloween-Thema umdesignt, umgeschrieben, umkomponiert mit Hexenlachen, mit Gewittereffekten und so weiter. Dass man da so ein bisschen große Stimmung macht. Dann waren hier drin verschiedene Hexen, Leuchtfiguren, ganz viel Nebel, verschiedene Lichteffekte. Und da hinten die Kulisse wurde mit Schwarzlicht angestrahlt, um eben ein kinderfreundlichen, aber dennoch ein klein bisschen großer Spaß in die Attraktion über Halloween mit reinzukriegen. Die Front draußen, was hat es denn damit auf sich? Es war ja alles offen. Was habt ihr euch dabei gedacht und was habt ihr gemacht? In erster Linie war es natürlich schon wichtig und in Planung, dass man natürlich Indoor-Erlebnisse schafft. Gerade wenn das Wetter mal nicht so prickelnd und Freizeitpark-mäßig ist, dass die Leute dann, wenn es jetzt einen Platzregen gibt, plötzlich die Möglichkeit haben, da zu bleiben, nicht gehen zu müssen. Wir haben lange überlegt, was wir aus der Halle machen. Ursprünglich ist die Bootsfahrt auch hinten an der Fläche geplant gewesen, wo die Oldtimerbahn ist. Also wäre dann eine Outdoor-Bahn eigentlich geworden sozusagen. Hat dann platztechnisch nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Da war dann relativ schnell klar, dass es in die Halle kommt. Das ist alles dann ein Projekt von unserem Parkmanager, von André Hudlmeier. Und dann haben wir lange überlegt, welche Fassade machen wir draußen dran. Ursprünglich wollten wir in Anlehnung an die Burg Schwabenstein, die hier direkt nebenan ist, das ist ja unsere Softballanlage, ein Wasserschloss machen von der Außenthematisierung. War aber dann von der Fassadengestaltung preismäßig dann doch ein bisschen zu extrem, dass wir auch da wieder überlegt haben, was könnte man machen und so weiter. Und der Schwäbische Wald, wo wir hier sind, ist bekannt für seinen Mühlenwanderweg. Der ist über 35 Kilometer lang, wo man an alten Wassermühlen und sowas vorbeilaufen kann. Und dann war das Thema relativ schnell klar, dass wir versuchen, eben hier das Thema Mühle, Mühlenwanderweg, eben mit in den Park einzubeziehen. Und deswegen haben wir auch ein großes Wasserrad, was über 500 Kilo wiegt, was unser Zimmermänner, der Martin und der Christian zusammen in Eigenregie gebaut haben, was dann draußen läuft mit entsprechendem Wasserfluss und so weiter. Kurioserweise hat sich auch da ganz schnell eingebürgert, dass die Leute dastehen und Geld über den Rücken schmeißen und sich was wünschen. Der André geht dann Ende der Saison immer baden sozusagen, holt das Geld raus, macht sauber, wird ja bei uns immer alles komplett gespendet. Und ja, auch von Fassadentechnisch, viele Leute haben gar nicht mitgekriegt, dass es ganz neu ist, weil es eben so entsprechend gemacht ist und auch wollte, als wenn es schon immer da gewesen wäre. Viele laufen auch vorbei und fragen hinterher, wo ist denn das Neue und ist denen halt gar nicht so bewusst, dass es hier drin eben irgendwas anderes, was Neues gibt. Dann hast du es ja glaube ich auch schon mal angesprochen heute, dass die alte Papageien-Show, dass da auch sich was ändert. Richtig, genau. Seit 2017 haben wir eben schon verschiedene Pläne, was könnte man aus der bis dato Papageien-Show, Arena-Gebäude, wenn man so sagen kann, machen kann. Wir hatten verschiedene Ideen, verschiedene Konzepte, was wir machen können. Da waren viele Gute dabei, angefangen von einem Simulator über 4D-Kino und so weiter, was aber im Endeffekt dann doch gerade Personaltechnisch, Hygienetechnisch und so weiter und so fort einen extrem hohen Aufwand bedeutet. Gerade für Freizeitparks ist es ja auch schwierig, überhaupt Personal zu finden. Und deswegen wollen wir natürlich auch versuchen, dass man eben Attraktion anbietet, wo nicht zwingend Personal erforderlich ist. Dadurch hat man sich dann entschieden mit der Firma Hoffmann-Figuren, kennt sicherlich viele von euch. Kommt dann hier das neue elektronische, ich betone extra elektronische Figuren-Theater, nennt sich dann der Dschungel sucht das Megatalent. Da geht halt Schimpanse Kenny mit seinem Schimpansen Henry, was für ein Zufall, dass wir auch Schimpansen haben. Auf die Suche nach Talenten im Dschungel, also angefangen vom kleinen Baby-Elefanten, der zaubern kann über eine Schlange, die versucht euch zu hypnotisieren. Das Ganze wird von zwei Papageien so unterhalten, so ähnlich wie die zwei alten Säcke von der Muppets Show, so ein bisschen mit Witz, mit ein bisschen Sarkasmus und so weiter. Und haben da mit Hoffmann einen guten Partner gefunden, der uns ein tolles Skript-Drehbuch geschrieben hat. Es gab natürlich noch so ein paar Änderungswünsche, dass man auch einen leichten Bezug zum Schwabenpark findet. Und dazu wird eben die Halle komplett entkernt, die Bestuhlung ist komplett raus, Technik alles raus, wird aktuell gerade frisch renoviert, gestrichen sein, hier kommen neue Bestuhlung rein. Wir hatten ja bis jetzt so Kinositze drin, das ist dann alles nicht mehr, weil die Bühne auch einen größeren Platz braucht, als bis jetzt die Papageienbühne sozusagen. Komplett neue Technik und so weiter geplant war, Frühjahr 2020 zu eröffnen. Aufgrund der aktuellen Situation verschiebt sich das Ganze natürlich ein bisschen nach hinten, weil das alles dann doch nicht ganz so schnell vonstatten geht wie geplant. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt, wir haben jetzt Anfang Mai, ursprünglich war so vor Pfingsten noch geplant aufzumachen, die neue Show. Mal gucken, ob wir es überhaupt aufgrund der aktuellen Richtlinien, die eventuell auf uns zukommen, überhaupt bespielen dürfen, müssen wir uns überraschen lassen. Aber ansonsten haben wir da immer noch was zum neugierig werden für 2021, für den Fall, dass sie eben 20 nicht bespielt werden darf. Hier war ja vor kurzem, als wir das letzte Mal hier waren, noch eine Go-Kart-Bahn. Was ist denn jetzt passiert? Hier ist auch immer eine Schiene auf dem Boden. Erstmal, was heißt vor kurzem? 2017 war der letzter Besuch, offizieller. Das ist ja doch nur mittlerweile schon ein paar Jährchen her. Ja, ja, das sind ja, wenn man so rechnet, mittlerweile vier Saisons, seitdem du nicht mehr da gewesen bist. Naja. Ja, bis Ende 2017 haben wir hier auf der Strecke unserer Go-Kart-Bahn gehabt, die wir dann leider aufgrund von Kapazitätsgründen einstampfen mussten. Sie ist nicht vernichtet. Ihr könnt jetzt, wenn ihr mit den Go-Karts fahren wollt, im Kurpfalzpark in Kamm, dort sind die jetzt untergekommen, der hat da Strecke gebaut. Ansonsten mussten wir uns eben einfach aus Kapazitätsgründen von der Go-Kart-Bahn verabschieden. Wir haben teilweise Wartezeiten von über zwei Stunden gehabt, weil wir eben vom TÜV zugelassen hatten. Auf der Strecke durften wir nur maximal fünf Fahrzeuge zulassen. Mehr Fahrzeuge geht natürlich nicht und Go-Kart fahren mit nur einer Runde macht auch keinen Spaß. Das frustriert dann eher, genauso wie das lange Anstehen. Strecke vergrößern ging auch nicht, da fehlt uns der Platz dann dazu. Also mussten wir uns Voto-Übe eben dagegen entscheiden und haben dann, haben wir 2018 dann alle 1950 eröffnet. Das ist praktisch ein Kiddy-Ride mit in Anführungsstrichen selbstfahrenden Autos, beziehungsweise interaktiven Autos. Das sind so alte amerikanische Sportwagen, Cadillac, einen alten Porsche und so weiter in verschiedenen bunten Farben. Die Mädels sitzen gerne eben in dem rosa-pinken Cadillac und die Jungs wollen den blauen Porsche und so weiter. Also, beziehungsweise ist es oft auch ganz lustig, wenn der Papa mit seinem Kind eben in dem pinken Cadillac drin sitzt, obwohl er sicherlich garantiert in dem blauen Porsche sitzen wollte. Aber was tut man nicht alles als Papa? Dann die Strecke komplett eben auf der Fläche von der Go-Kart-Bahn. Man fährt im Grunde genommen genau den gleichen Rundweg. Das Gute bei den Fahrzeugen ist oder das Tolle, Interaktive. Die Kinder können hier selber Gas geben. Dann kann man lenken und die Autos fahren dann so ein bisschen nach links und rechts, dass eben gerade für die Kleinen wirklich dieses sogenannte Fahrgefühl entsteht. Wir wissen selber alle, wir haben gerne mal beim Papa auf dem Schoß gesessen beim Autofahren und wollten auch mitmachen. Hier haben sie die Möglichkeit. Das Ganze ist eben dann so ein bisschen halt in die 50er Jahre gehalten. Wir haben sogar eine Fotoanlage, die als Blitzer, als Starrenkasten tatsächlich dann für viele überraschende Gesichter sorgt. Wenn das Ding, wenn man vorbeifährt, viele achten nicht drauf, dann tatsächlich wirklich ein roter Blitz erscheint. Und dann kann man das Foto natürlich dann auch mitnehmen bei unserem Fotoautomaten. Also das ist dann für die Kittys dann immer noch mal ganz gut. Ja, wie im Video 2017 angekündigt, ist ja geplant gewesen für 2018 die Wildwasserbahn zum 20. Geburtstag umzuthematisieren. Wir sind bis heute noch nicht ganz fertig geworden, aber Stationsgebäude ist zumindest überdacht, ist in Anlehnung an ein Sägewerk gestaltet worden, natürlich viel Holz. Wir haben Kooperationen mit der Firma Stiel, die ja im Nachbarort sozusagen ihren Firmensitz haben, die uns da mit alten historischen Kettensägen ausgestattet haben. Das wir so ein Art Mini-Museum haben. Es sind zwar insgesamt nur drei Kettensägen, aber trotzdem eben so ein bisschen Infomaterial dazu, die Geschichte von der Firma Stiel. Das Ganze ist auch mit verschiedenen Tracks von Imaschur untermalt, die eben so ein bisschen Wassergeräusche haben, dann so das typische Holzsägen, Klopfen und so weiter, um einfach da im Wartebereich ein bisschen Feeling zu kriegen. Die Bahn zu thematisieren an sich, beziehungsweise einzuhausen oder zu lackieren, gestaltet sich dann doch nicht so einfach wie ursprünglich geplant. Also wir haben ja jetzt gerade, das werden wir gleich sehen im Zuge der aktuellen Schließungen, unsere Kinderwildwasserbahn gestrichen. Hat den Vorteil, für sowas braucht man einfach eine konstante Temperatur zwischen 10 und 20 Grad. Die habe ich im Normalfall zu Pfingsten oder in der Hochsaison. Finden aber unsere Gäste, glaube ich, nicht so gut, wenn ich eine sogenannte Hauptattraktion dann eben im Sommer schließe, um sie zu streichen, um sie dann im Herbst wieder zu öffnen. Dann habe ich da natürlich verständlicherweise viele böse Anrufe, E-Mails. Dann wollen die Leute am liebsten noch Rabatt dafür, weil ich darf ja die Wildwasserbahn nicht fahren. Auf der einen Seite wollen sie, dass es neu gemacht wird und schön gemacht wird, aber auf der anderen Seite ist dann leider nicht das gewünschte Verständnis da, warum wir es dann eben halt jetzt schließen. Deswegen müssen wir halt gucken, wann und in welchem Zuge man dann natürlich dann eben auch den Rest fertig kriegen. Bei der Kleinkinderwildwasserbahn hat es jetzt aufgrund der guten Temperaturen gut funktioniert. Waren auch vier Mann eine Woche lang beschäftigt an der kleinen Bahn. Gucken wir uns gleich mal an. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange man natürlich für so eine große Wildwasserbahn braucht. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange man natürlich für so eine große Wildwasserbahn braucht. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange man natürlich für so eine große Wildwasserbahn braucht. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange man natürlich für so eine große Wildwasserbahn braucht. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange man natürlich für so eine große Wildwasserbahn braucht. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange man natürlich für so eine große Wildwasserbahn braucht. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange man natürlich für so eine große Wildwasserbahn braucht. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange man natürlich für so eine große Wildwasserbahn braucht. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange man natürlich für so eine große Wildwasserbahn braucht. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange man natürlich für so eine große Wildwasserbahn braucht. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange man natürlich für so eine große Wildwasserbahn. Bis zum nächsten Mal.